Das sieht doch, glaube ich, schon ganz gut aus. Zumindest ein bisschen hochs Flachdrehen. Das Gehäuse ist auch noch nicht kaputt. Zumindest ein bisschen. Und jetzt habe ich mal besser nichts zu dem Loch. Das Mikrofonöffnung ist nicht woanders. Und da braucht man auch so die daneben. Und ehrlich gesagt, das mache ich morgen. Und Tschüss. Schaub. 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 Vielen Dank.